so wir haben einen totenkopf zu schmettern noch bevor dieser tag vorüber ist werden sie mein messer an ihrem hals spüren und aufgeben davon bin ich überzeugt es wird vielleicht noch ein paar versuch brauchen aber ja ja das war schlecht ein bisschen auf die eigene gesundheit achten das ist im echten leben nicht schlecht noch bevor dieser tag vorüber ist werden sie mein messer an ihrem hals spüren und aufgeben ja die taktik ist ich hab mal zwischendurch nachgeholt hier kann ich mal wirklich legitim die komplette so nutzen so schlimm ist das hier nicht die taktik müsste sein hier mal bomben hinzuwerfen und dann zu schießen während der muss man natürlich gucken dass man hier granaten werfen und schießen und überleben ja das mit dem überleben ist dann der schwerste part ja da habe ich auch nur fünf granaten was das ganze spannender macht wo ist der und jetzt schießen ja gut und überleben wäre doch spannend general noch bevor dieser tag vorüber ist werden sie mein messer an ihrem hals spüren und aufgeben das ist halt ein bisschen blöd dass wir nur drei granaten mitnehmen können dementsprechend müssen wir sie passend werfen am schönsten wäre es wenn es dort unten die granatenheber ja dann kommt noch der part mit der heilung die nachdem ich habe mir auch nicht vergessen ja wir haben zeit noch bevor dieser tag vorüber ist werden sie mein messer an ihrem hals spüren und aufgeben ich schnell durch das aber jetzt zusammen ihr müsst euch jetzt nicht alle versuche angucken den klingeligen versuch hier man geht es jetzt natürlich sicherheit ja ja ich wollte sagen noch läuft es gut und da hat sich das und jetzt müssen wir hin durch die flammen laufen sollte man dann auch noch aufpassen das lief schon ganz gut das kann noch besser noch bevor dieser tag vorüber ist werden sie mein messer an ihrem hals spüren und aufgeben auf die flammen aufpassen auf die flammen aufpassen scheiße scheiße nein noch gar nicht noch nicht noch nicht noch nicht scheiße 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 und dann pass auf die flammen auf noch bevor dieser tag vorüber ist werden sie mein messer an ihrem hals spüren irgendwann nirgendwann nervt sie zu spüren Scheiße, steht euch mit einer Flamme auf. So holen und weg hier. Scheiße, die Flamme hat mich getötet. Das verdammte Feuer, das ist jetzt hier noch ein anderer Gegner. Wir haben es gehört. Drei Granaten sind mir eigentlich viel zu wenig, aber was soll es. Oh Scheiße. Ähm. Pardon. Ähm. Kurz sortieren. Das war schlecht. Die Granaten sollten natürlich auch landen. Die Granaten sind nicht mehr. Die Granaten sind nicht mehr. Oh mein Gott. 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 Bullshit. Oh mein Gott. 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 Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Captain. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.